Hallo und Servus, ich heiße Kim, bin Flugbegleiterin bei der Lufthansa und freue mich auf eine neue Folge Quarantur mit euch. Für uns geht es in die USA, nach Charlotte um ganz genau zu sein. Jetzt gibt es für euch aber schon was ganz anderes Spannendes. Aber seht selbst. Wir tauschen unsere klassische Uniform gegen Tracht. So, fragt es, auf geht's, gibt's mit? Guten Morgen, herzlich willkommen auf unseren heutigen Trachtenflug. Trachtenflug über der Lufthansa. 1957 hat tatsächlich schon der erste stattgefunden. Und es geht quer durch Europa oder so wie heute in die USA. Wir sind jetzt in Charlotte gelandet und haben etwas Zeit vor Ort. Nehmen euch gerne mit an unsere Lieblingsorte. Und passend zum aktuellen Thema und zur Jahreszeit haben wir auch hier einen richtig coolen Crown Safety in geschwunden für euch. Schaut mal. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020